Die Firma Sachsenschlüssel in Markkleeberg. Wir sind Großhändler mit Produkten für Türen, Fenster und Tore, wie zum Beispiel Schlösser, Schlüssel und Schließzylinder, sowie Türschließer, Beschläge aller Art, Briefkastenanlagen und vieles mehr. Durch unsere eigene Schmiedeabteilung schaffen wir für unsere Kunden Synergieeffekte für Komplett- und Sonderlösungen. Gerne beraten wir am Telefon, in unserem Verkaufsraum oder direkt beim Kunden. Untertitelung des ZDF, 2020